Perfekt, und jetzt kommt das Video. Es ist aktiviert. Was? Meist mich mal. Oh, das ist nicht gut. Der Gait-Way ist designed für eine Escaplatur, in der diese Station Geist wird offline. Wir können die Protokolle aufgerüstieren ohne die Gait-Way zu stecken. Wie soll das die Protokolle aufgerüstieren? Nichts, dass ich mich aufgerüstere. Wenn wir die Gait-Way zu stopen, müssen wir die Gait-Way zu stecken. Es scheint, dass wir wenigstens wählen haben. Ihre Gedanken? Wie Tuvok gesagt hat, wir haben keine Wahl. Wenn wir diese Sphäre nicht verhindern können, müssen wir die Gateway aktivieren. Unsere Zeit hier ist limitiert. Die Voth wird in Kraft zurückgekehrt. Wir müssen das jetzt machen. Es gibt keine andere Option. Ich bin sehr entschuldigt. Ich wünschte, dass ich einen besseren Weg gefunden habe. Ich habe Sie beide verloren. Es geht nicht auf das Thema. Wenn es eine andere Option gibt, könnten wir ihn finden. Ein Moment. Wir sind zu beheben. Tuvok hier. Chief Engineer Talk Room von Dyson hier, Admiral. Acknowledigt, Chief. Sind alle Ihre Systeme gestorben? Die Öffnung der Gateway hat die Ambient-Distortion-Distrukturen geöffnet. Ihr braucht Transport? Ja, ich will jetzt aus dieser Station. Wir sind bereit zu departen. Chief Engineer, Sie haben die Aufmerksamkeit. Der Kapitel ist aufmerksamkeit. Der Kapitel ist aufmerksamkeit. Dyson, Sie haben die Aufmerksamkeit. Wir können nicht aufmerksamkeit. Wir müssen raus aus der Hotsau. Gehen! Ok. Wir müssen die Aufmerksamkeit weg. Wir müssen die Aufmerksamkeit weg. Was sind die Aufmerksamkeit? Ja, verdammt! Da lang. Na? Ah geht auch nicht. Ich wollte mich länger verarschen. Ich werde überreden lassen, dann kriege ich jetzt gleich meinen täglichen Disconnect. Huh? Na dann. Jojo, danke. Bye bye. Ich bin der Letzte. Oh, das ist dieser Schiff. Ja. Ich hasse so eine Scheiße. Ich habe mich nicht mehr so eine Scheiße. Wir müssen gleich mal wieder auf der Bühne und kommen. Ich muss gleich mal wieder auf der Bühne und kommen. Moment. Es gibt noch mehr BOW in der Bühne. Aber ein Dreadnott ging durch die Gretelwege. Wenn meine Sprache sind, wird es in eine andere Dyson-Sphäre. Das wird die Dyson- Komm schon schnell. Ja.